Farid Bang bricht sein Schweigen und lässt jetzt alle zappeln. Seit Wochen hat der Banger mit einem Gerücht zu kämpfen. Und ausgelöst wurde es durch Ali Osman und Rapper Cupcakes. Immer wieder werden Statements gepostet und neue angebliche Beweise geliefert. Allerdings hat Farid Bang bis zu diesem Zeitpunkt geschwiegen. Auch Bösemann schaltet sich ein und sogar Capital stichelt ein wenig in einem Video, was er später wieder löscht. Ein paar andere Rapper machen sich lustig oder haben Anspielungen rausgehauen. Der Banger hat alles mitbekommen und sich scheinbar Notizen gemacht. Jetzt hat er endlich seinen Disstrack rausgehauen und alle Beteiligten haben eine Abreibung kassiert, die sie so schnell nicht vergessen werden. Aber alle anderen, die nicht erwähnt werden, bekommen auch was ab. Im Statement hat er folgendes zu sagen. An alle H***-Söhne, die jetzt am H*** sind und vor Wochen noch versucht haben, mich link zu F***, eure Mütter sind die Nächsten. Ich habe alles gesehen und gehört, was ihr gemacht habt. Eine Reaktion von den meisten Rappern gibt es aktuell nicht. Auch Bösemann, Ali Osman oder Cupcakes haben kein Statement rausgehauen. Es bleibt spannend, was uns die nächsten Tage erwartet. Ein Riesenfehler, du bist ein dreckiger Sch***er. Du machtest Häftlinge geil, wurdest von Männern geteilt. In der Zelle vereint, drangen in dich mehrere ein. Umzulich mit vier Fingern. Mexican Style.